servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die aeon von funke beziehungsweise agento es ist eine wirklich sehr sehr kleine low budget batterie für einen preis von 2,49€ gekauft bei röderfeuerwerk die neem liegt auch dementsprechend hier bei 56 gramm also schon eher ein kleineres ding sieben schuss batterie zehn sekunden brenndauer 20 mm kaliber und es ist aber trotzdem finde ich eine recht schöne batterie mit einem silberschweif aufstieg und anschließenden silbercracker bokeh und ich finde sie persönlich eigentlich echt gut dadurch dass die bokehs auch nicht ganz so weit oben zerlegen wirken die dann auch noch mal ein bisschen größer also ihr merkt auch gleich im video ich war da doch recht geflasht was aus dem kleinen ding rauskommt weil es ist wirklich winzig diese batterie und ja dann hätte ich gesagt legen wir jetzt direkt los mit dem test ich wünsche euch viel spaß also wahnsinn für die größe an batterie was da am bokehs rauskommt leko mu kräftig saftig echt richtig gut